Der Frieden des Herrn Jesus sei mit allen. Eigentlich wollte Harun mit Rabbi Tovia Singer Jesus als den leidenden Messias in Jesaja Kapitel 53 widerlegen. Doch Harun, unser lieber Ex-Christ und der Wagandist von Kalima TV, hat mit Rabbi Tovia Singer den Sataj von Iman TV akademisch und fachmännisch widerlegt. Wir werden auf eine bestimmte eingehen und das ist im Buch Jesaja. Ich nenne sie die arabische Prophezeiung in Jesaja. Nun, Jesaja ist ein Kapitel, ein sehr wichtiges Buch im Alten Testament. Und wir werden uns ein Kapitel ansehen und dieses Kapitel ist deswegen faszinierend, weil es nicht nur um einen isolierten Vers geht. Das gesamte Jesaja Kapitel schließt nicht nur nicht den Propheten Mohammed Friede und Segen mit ihm aus, sondern alle Charakteristiken passen genau auf ihn und auf sein Profil. Zertatsch zitiert also Jesaja Kapitel 42 sowie Christen Jesaja Kapitel 53. Aber was sagt unser lieber Ex-Christ Harun mit seiner akademischen Arbeit und Rabbi Tovia Singer dazu? So, Rabbi Tovia Singer sagt hierzu noch weiter, der Text kann kompliziert bzw. verschachtelt wirken. Okay, das ist aber so, wenn man, wie gesagt, das davor und danach nicht kennt. Also wenn man nicht bewandert ist in diesen Jesaja-Kontext oder auch in den anderen, wenn man nicht über den Tellerrand geschaut hat. Aber er sagt, diese Passage sollte niemals verwirrend oder mysteriös sein. beziehungsweise war sie eigentlich auch nicht oder sollte sie auch nicht, ja. Weil die Voraussetzung ist halt eben, du musst vertraut sein mit den vorherigen Kapiteln. Okay? Das ist eigentlich auch logisch. Da hilft manchmal der gesunde Menschenverstand. Stimmt Harun. Voraussetzung ist, dass man vertraut ist mit den vorherigen Kapiteln. Und was bedeutet das in unserem Fall zu Zertatsch, der seinen Mohammed in Jesaja Kapitel 42 reinbringen möchte? Richtig! Jesaja Kapitel 41 Und der gesunde Menschenverstand hilft und liest. Du aber, Israel, mein Knecht, Jakob, mein Auserwählter, du Same Abrahams, meines Freundes. Jesaja Kapitel 41, Vers 8 Ja, aber jetzt könnten unsere lieben muslimischen Mitmenschen einwenden, dass sich Jesaja Kapitel 41 auf Israel bezieht und Jesaja Kapitel 42 auf Mohammed. Hören wir zu, was unser lieber Ex-Christ Harun akademisch mit Rabi Tovia Singer zu sagen hat. So. Und man braucht auch das Wissen, dass eben Jesaja 53, und jetzt passt auf, ist das letzte von vier beeindruckenden und inspirierenden Knechtlieder. Es gibt sozusagen vier Songs of the Servant. Okay? So wird es im Englischen betitelt. Ja, oder the Servant Songs. Okay? Ja, Knechtlieder oder Dienerlieder, wie man es auch immer übersetzen will. Ja? So. Also, es gibt vier. Das heißt, du kannst nicht einfach hergehen und sagen, ich nehme mir nur das eine Lied raus. Und das ist, was ich bei manchen christlichen Missionaren vermisse. Die dann das Ding da aufmachen und sagen, hey, ich erkläre es euch jetzt. Können nicht mal hebräisch, haben auch keine Quellenangaben groß gemacht, ja, oder irgendwie andere Verweise, sondern schlagen einfach selber die Bibel auf und erklären dir die Welt. Ja, das finde ich unakademisch. Ihr habt es gehört. Auch Sertatsch sollte seine Ohren spitzen. Harun, unser lieber Ex-Christ, erklärt akademisch, dass man nicht einfach eins der vier Knechtlieder nehmen kann und auf zum Beispiel Mohammed beziehen kann. Und dass sich Jesaja Kapitel 42 nicht auf Mohammed bezieht, das zeigt uns unser lieber Ex-Christ Harun akademisch mit Rabbi Tovia Single. Die Identität des Dieners wird in den ersten drei Dienergliedern, die in Kapitel 41 beginnen, eindeutig als das Volk Israel festgelegt. Okay, so, drei von vier sind klar auf das Volk Israel festgelegt. Wenn die Identität der ersten drei Knechtlieder laut Rabbi Tovia Singer eindeutig auf das Volk Israel festgelegt wird und die Knechtlieder mit Jesaja Kapitel 41 beginnen, wie kann in Jesaja Kapitel 42 Mohammed prophezeit werden? Antworte dem Toren nicht, wie es seine Torheit verdient, damit nicht auch du ihm gleich wirst. Antworte dem Toren, wie es seine Torheit verdient, damit er sich nicht einbildet, ein Weiser zu sein. Sprüche Kapitel 26, Vers 4-5 Ironischerweise erforschen unsere lieben muslimischen Mitmenschen die Schrift. Was sie finden werden ist nicht Mohammed, sondern Jesus. Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben, und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen. Johannes Kapitel 5, Vers 39-40 9-40 Untertitelung des ZDF, 2020